Also auf 7 und 11.16.20 und auf 18.32. Ähm, ähm, hangi Server gerät, ja? Ähm, EU, äh, EU, äh, EU... Lass mal auf 7. EU-jede. So,eret, bulusymadan önce son bir iki bölüm checkelim dedik, Marc Cello ile. Eee, Marcel wir treffen uns in Whitestone, ne? Ich gebe das jetzt mal bekannt, weißt du, offiziell. Und wann? Zontag ist glaube ich, WM. Pazar günü, Dünya Kupası var sanırım. Hmm, wir schauen, wann wir schauen. Hmm, wir schauen, wann wir schauen. Hmm, wir schauen, wann wir schauen. So. Samstag, wir sind Samstag da? Oh! Oh, ich bin hier unten gespawnt direkt, ey. Ist das normal? Was heißt unten? Direkt so kurz, kann ich so PvP aussehen und so. Jaja, genau. Gehen und sage jetzt ein Stück nach hinten. Naja. Ja, ich bin hier. Machcelo 3,5. Machcelo 3,5. Hangi gün bulursak acaba? Was ist das amstag amts da? Was ist das? Nein, nein. Nein, nein. Du musst da sein, wenn wir uns schon mit zehn Leuten treffen. Aşağı yukarı inşallah on kişi oluruz, dedim. Alman arkadaş da olsun. Arkadaşlar, neyiniz varsa getiriyorsunuz, öyle şey yapmıyorsunuz. Böyle, aman, ben bir tane Krüger'le geleceğim. Oooo, das ist schon der Sniper auf dem Dach glaube ich. Echt? Ja. Aber wir haben ja auch eine. Hast du auch Sniper dabei? Ne. Ah, cello cello cello. Aber ich... Da läuft, wer bist du das schon? Aber ich bin Nummer 8. 4 am Baum und 5. Ja, ok. Bist du. Nummer 6. Ähm. So, ich bin an dem nächsten Baum. Hast du schon gesehen, wahrscheinlich. Noch nicht. Jo. Ok. Lass mal da, wo du mit Kenny warst. Ok. Wohin? Wohin? Da, wo du mit Kenny aufs Dach geschossen hast. Ta 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 ta. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadada. Wenn ich den auf dem Dach kille, gehst du dann da hoch? Hehehehe. Mal gucken. Kannst ja auch dann auch haben, weißt du. Ich bin ja nicht so. Da dem Schatten, da kein Öl tutel ist, da dem Gidep Aljahn muss erlade. Aber erst mal da hinzukommen. Ach. Zick zack, Junge. Zick zack. Wo läufst du lang? Hier ist ja direkt schon Boulder, ey Boulder City Das waren Zeiten Direkt schon Boulder Das ist doch auf dem Dach gewesen, oder? Ja, kommt ziemlich hin Hier war das, oder wie? Naja Genau hier Der hat aber nicht in unsere Richtung geschossen, ey Niemals hier, wo ihr wart, oder? Doch Doch, hier an den Bäumen, ja Hier so Da stand immer Kenny und ich immer hier so offen Was sind denn hier? Hier wart ihr? Hinter der Tanne, glaube ich Ja, wir sind immer so links-rechts gelaufen, so zickzack Guck mal in der Stadt, ob du einen siehst, Junge Ob du einen siehst Benim, benim gözlerim kör, göremiyorum Ich gar nix Ich seh grad auch niemanden, ey Nix, nix Zeig dich auf dem Dach, zeig dich Göster 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 Kendini Ojen, das hat on Das ist auch einerseits ein bisschen schlechte Pose, wenn man hier immer stehen bleibt Ich habe auch nichts gesehen, Alter, das ist super, du Fechser, ey Trost, das heißt du Ninja Lalalala Da links ist einer gespawnt und ganz links ist noch einer Wo, wo? Also wir haben links einer hier vor uns und ganz oben an dem anderen spawn ist noch einer Vor uns direkt, wo, wo? Warte, so einer ist hier vorne rechts, siehst du den? Nö, ah ja, okay So, und einer ist oben links, da hinten ist, also, kommt erstmal so ein bisschen Grünwiese und da hinten, siehst du den, ganz hinten? Ja Oh, der da hinten ist etwas ägyptischer Ich gehe mal da ein bisschen eine Felsen nach hinten Also den in der Stadt können wir jetzt erstmal, ist egal, aber den da oben Ja, den in der Stadt, um den kümmert sich schon die andere Sniper, die in der Stadt irgendwo war, ey Wenn das nicht sogar der Typ da oben ist Das kann auch sein Ich kann ihn aber nicht mehr sehen, siehst du den Typen noch? Da ist er, da hat ein Sniper Ernsthaft? Ja Hast du ihn nicht gesehen? Nee Ich bin ja hinter dem Baum Von hier kannst du, warte ich, ich push mal ein Stück rüber Ich komme dann mal zu den Seel du mal auf den Baum und sag mir, was der macht Boah, die laufen jetzt zu dritt Nee, das ist Zombie hinter dem anderen her So Wo ist der denn? Achso, hinter diesem Baum, wo die Grabsteine waren? Ja Okay Ganz wichtig Das blöde ist dann, wenn ich jetzt in dem seine Richtung gucke, bin ich offen Richtung PvP-Haus und so Ist er noch da? Ich sehe ihn nicht Auf jeden Fall ne ne Ah, da läuft jetzt Ja, da ist er Der hat Katana in der Hand, ne dicke Sniper Soll ich ihn anhitten? Warte noch Boah, ich könnte ihn killen, ey Ist er noch hinter dem Baum? Ja Ich könnte ihn richtig geil killen, ey Ja, aber jetzt nicht mehr, jetzt ist er hinter dem Baum Der stand da eben Scheiße, ey Ich glaube, ist jetzt der Baum direkt vor mir Das ist der, wo die zwei Grabsteine davor sind Ey, ich sehe nichts, ich bin hier direkt davor, glaube ich Der stand, ich hätte ihn killen können Ich habe Blackwater Long Range drauf, ich weiß nicht, wie weit ich hoch zielen muss Nicht so viel, denke ich mal Okay Das ist ganz hinten rechts irgendwo Oh, ich bin sehr schwer, ich bin sehr schwer Siehst du ihn noch? Nein, der ist genau hinter dem Baum Vielleicht ist er auch schon ausgelockt Das Problem ist, hier ist kein Baum mehr Wo ich zwischen... ich müsste jetzt direkt dahin laufen Soll ich es probieren? Nee Sollen wir lieber nach links hochlaufen? Oder ich komme... Aber... Ah Hier ist halt komplett offen, ne? Soll ich mal... Soll ich mal... Soll ich mal... Der zeigt sich nicht mehr Ich hätte ihn eben killen können, Marcel, ey Ich rüste mal wieder die Scar aus Ist zu gefährlich Der stand auch eben irgendwie da die ganze Zeit Dann komm mal ein Stück hier rüber, aber lauf links, ne? Die Sniper ist hinten rechts so... Hier ist doch ein scheiß Spawn, wo wir stehen, oder nicht? Ja, du sollst ja auch nicht zu mir kommen Du sollst hier ein bisschen weiter links lang Wie weit bist du denn nach vorne, ey? Der ist ja direkt dann bei dir Ja... Ja, hab ich doch gesagt Das ist direkt der nächste Baum Wer schießt? Da sind die, glaub ich Direkt vor mir Ist schon heute wie eine SICK Ohoah, woah, 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 woah... Beidebüssi... Ich komme halt von unten Hab keine Deckung Habe auch kein Schild mehr Ich versuch mal hier hoch zu laufen Ja, mach das mal Sag du mir, wenn der rausguckt irgendwie Ich sehe ja nicht wirklich was Weil da so ein kleiner Hügel vor ist, das ist die Scheiße Jetzt ist hier auch Gras und so, eben war kein Gras Hat der jetzt da eine Holzbrette hingestellt? Oder stand die da? Ist das der Baum? Oder weiter oben? Ich glaube, das ist der Baum Scheiße, ey Ich gehe schon leben wegen der Infizierung Wir haben doch genug Medik Ja, habe ich auch Der Typ ist da eh nicht mehr Warum haben wir da? Da sind ja auch da auch hart Wie weit bist du? Ich bin gerade auf dem Weg nach oben Wir müssen aufpassen, wir da ist auch ein direktes Horn Der ist da nicht mehr Vielleicht ist der auch hochgelaufen und wir haben das nicht gesehen Ja, dass er noch nicht mehr ist Da gehe ich jetzt da hin Warte, warte Ja, an dem Baum, wo die Wo die Grabsteine sind, ist keiner mehr Keiner mehr Nein Ich gehe mal ein bisschen durch Ich laufe vor und ziehe mal da runter Ja Warum läufst du jetzt weg auf einmal? Ja, weil ich ein bisschen hier in den Graben gehe Dann habe ich mich nicht treffen Ich komme zu dir ein Stück da hoch Übrigens, da wo die Typen das letzte Mal hochgelaufen sind Ja Das brauchen wir jetzt Komisch Warum ist der denn jetzt weg, ey? Ach ja Ach ja Ich bin schon vollkommen grün, ey Das war so eine scheiß goldene Spritze Wo läufst du denn jetzt hin? Ah, der hat's eben schießen müssen Ja, der war offen Ich habe gedacht, du läufst so, weißt du Dann hätte er ja eh in unsere Richtung geguckt Aber ich hätte ihm One-Hit geben können Weil der stand einfach nur Und dann hätte ich ihm zweiter Schuss Was ist jetzt an meinem Baum? Keine Ahnung Lass mal zu dem anderen Snape Der war da hinten, irgendwo Oder lass mal wieder alte Posi, oder? Ich finde es hier eigentlich besser Nein, hier ist voll scheiße Von oben, von Rock gekommen Immer voll viele, ey Ja, die gehen dann Wir sind da hinten, ey Jetzt mal Ja, ich gehe mal ein bisschen nach rechts Ach ja Ich habe ja schon vier Pankiller reingezogen Sind doch weniger geworden, ey Jetzt haben wir ausgelogen Ich weiß es nicht Vier verdammte Pankiller Dach ist auch sauber Aber Es geht oft Fuck Oh 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 hast du die x dabei? ja eine nur mit dem char sollen wir server hoppen? ja alles machen wohin? ich hab mich hier am baum aus komisch komisch oh jetzt schießt eine imiter echt ich schwöre eigentlich könnten wir ne ist schon raus oder was? ja ja sollen wir weiter hinten links wo eben auch die sniper geräusche kamen mir egal such dir aus ja lass mal wieder da drauf ich will dir da jetzt hin und den killen äh tekrar geräusche oder? ja es war 7 ne? wir waren ja schön hinterm baum gedeckt wir spawnen jetzt ineinander ja hehehe he 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 iç içe dohueruz So, ich bin gespawnt, gespawnt, erst mal ausnutzen, kein Gras, so, jetzt überall Gras. Die ist noch nicht mal die Hälfte geladen. Jetzt schießt sie Richtung Medic. Echt? Ja. Die Sniper oder was? Nee, äh, Imitar. Okay. Oder doch ein bisschen weiter im Halt, konnte ich jetzt nicht gerade rausfinden. Gehen wir wieder zu deinem Baum zurück, oder? Aber von hier kann ich gut sehen, du Arsch. Ah, da ist er. Ich schieß ihn jetzt mal an. Warte, ich spawne nicht, dass du mich abknallst. Du weißt, wer das ist beim Snipen. Ah, scheiße, der bleibt nicht stehen. Ah, ich musste nachladen. Fail. Bläser nachladen. Null Schuss. Ah, jetzt kann ich nicht verstehen. Was gepflegt denn dann? Ja. Hast du überhaupt nen Schuss abgegeben dann? Nein. Wer ist da am Krankenmann gewesen? Scheiße. Wo ist der hin? Ich bin in der Stadt reingelaufen. Scheiße. Oh, wie? Bitte. Also, wenn die Clip der Bilder steht, dann muss ich das nicht sehen. Ja. Es ist sicher, dass wir uns nicht sehen. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Wo? Wir gehen ins PvP aus. Echt? Ja. Dann geht der aufs Dach. Wie viel Meter ist das? Im Dach? Ja. 260. Knapp erste Mildort. Ein bisschen mehr vielleicht. Ich habe jetzt schon fünf verkackte Pain Killer geschlucken müssen. Diese Infizierung. Es geht ewig schnell runter. Siehst du das Dach von da? Da wird? Ah, du bist auf keinen. Ja. Kommen die jetzt morgen an oder was? Hm? Nein. Wir müssen auch auf. Nein. Wir müssen. 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 Und Marcel, schon gesehen? Ah, der ist ja auf dem Dach. Ja, sollte ich erfahren, ob du das siehst, das Dach. Na ja, der ist da hinterm Spinn. Der hat uns schon gesehen. Echt? Na ja. Wie kann er uns denn bitte sehen? Gar nicht. Der hat kurz hier in die Richtung geguckt und dann wieder zurück und so. Der hat 100 pro gesehen. Wie viel Meter ist das? Mach erst so ein bisschen mehr als erstes. Auch mit Blackwater Long Range? Ne, keine Ahnung damit. Oh, da will Möhrbände, will mehr dem Nassel. Die haben sie. Ich hab schon deine Steps gehört, hab mir schon in die Hose geschissen, ey. Boah, wie nah das hiermit ist, ey. Ich sehe ihn nicht mehr. Wieso das? Keine Ahnung, wo der ist. Besteckt sich hinter irgendeinem Scheißspind. Sie sehen, dass da noch auf dem Dach ist? Ja. Aber wir sind schon wieder... Ach. Ja, ne, ey. Wenn du da da aufs Dach gucken kannst, dann bleibt er da. Ja, aber nur ein bisschen, ich muss weiter hoch. Hä? Scheiß drauf, ey. Die kommen ja eh nicht hier hoch. Warte. Warte vorm... Warte, wir gehen hier oben. Echt? Okay. Okay. Mir ist keiner oben, Marcel. Lass mal auslogen, ey. Diesmal habe ich die Chance... Ich habe verkackt, weil ich nicht nachgeladen hatte. Ich hatte sieben Schuss, weißt du, und in dem anderen Clip... Ach, da wollte ich stacken, damit ich zehn habe. Und dann habe ich vergessen nachzuladen. Der hat sich ausgelockt, ey. Hinter den Spinden hat er sich ausgelockt. Der hat da immer kurz hier hochgeguckt und dann weg. Lass mal hier am Felsen ausloggen. So, wo will ich das? So, wir wollen den einen, wo dann der Mann mit dir sagt, dass ich schlafe. Bye, bye. Ich mache jetzt mal.